Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Tagesenergie-Video. Ich wünsche dir einen schönen Start ins Wochenende und mein Name ist Sabrina. Ich freue mich sehr, dass du heute Morgen mit dabei bist. Wir wollen mal gucken, wie so die Energien für unser Kollektiv sind. Und ja, wir schauen mal rein, was ich hier so heute zeigen mag. Mal gucken, was das Tarot uns heute so mitgibt. Damit beginnen wir heute und schauen mal. Oha, das sind gleich richtig viele, aber wir nehmen sie, wie sie gefallen sind. Wir haben die fünf, der Sterbe, den Tod, Königin der Sterbe, drei Kelche, der Teufel und drei Münzen. Ach du heilige Kuh. So. Ich habe das Gefühl, dass wir heute etwas präsentiert bekommen. Du bist hier verkörpert in der Mitte der Legung mit der Königin der Stäbe, glaube ich. Und auf dich kommt eine Veränderung zu. Du gehst gerade durch einen Transformationsprozess hindurch, den du dir vielleicht nicht ganz freiwillig ausgesucht hast, der aber dringend notwendig war, um dir gewisse Aspekte deiner eigenen Denkweise aufzuzeigen. Du kämpfst vielleicht auch mit deinen eigenen Leidenschaften. Das bedeutet, du fühlst dich vielleicht von jemandem oder etwas sehr angezogen. Eventuell hast du hier auch eine Suchtproblematik in irgendeiner Art und Weise. Vielleicht bist du süchtig nach Aufmerksamkeit, Anerkennung, brauchst Bestätigung. Oder was auch immer es ist, du wirst es selbst am besten wissen oder jetzt präsentiert bekommen. Denn der Tod leitet dich hier an, etwas hinter dir zu lassen und weiterzugehen, in Bewegung zu bleiben und wieder in deine Kraft zu kommen, um letztendlich zu schauen, wie du dich hier auch mit anderen verbinden kannst. Es kann gut sein, dass du Beziehungen bevorzugst, die spannend, aber gefährlich sind. Hier mit dem Teufel kann nochmal diese Suchtproblematik aufgezeigt sein. Eventuell hast du es mit jemandem zu tun, der auch Triangulation nutzt. Wir haben hier zweimal die drei. Triangulation bedeutet, dass jemand nicht direkt mit dir kommuniziert, sondern eher in einem Dreieck kommuniziert. oder eine Dreiecksgeschichte am Laufen ist, jemand manipuliert dich oder ein Gegenüber von dir, jemand erschafft sich, man nennt sie Flying Monkeys, also fliegende Affen, Menschen, die ihm hörig sind, hier dem Teufel hörig sind und dich dann wiederum attackieren. Also du hast mit diesen Menschen vielleicht gar nicht wirklich was zu tun, aber ein Gegenüber von dir, irgendein Mensch, der dich nicht mag, dich vernichten möchte oder irgendwie sauer auf dich ist, könnte hinter deinem Rücken andere Menschen so manipulieren, dass sie ebenfalls eine negative Meinung von dir vertreten, was dann wiederum dazu führt, dass du vielleicht in einer Gesellschaft, wo du früher gerne gesehen warst, plötzlich schief angeguckt wirst und du weißt überhaupt nicht warum. Es kann gut sein, dass hier mit dem Teufel jemand daran arbeitet, negative Verstrickungen um dich herum aufzubauen. Wenn wir uns das angucken, liegt in der Mitte der Erlegung, liegst du in deiner Herrscherkraft, in deiner weiblichen Stärke, die aber auch nicht davor zurücksteckt, erschreckt, auch mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich will und ich lasse mich nicht mehr manipulieren oder in ungesunde Bahnen lenken. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du hier konfrontiert wirst mit einem Widersacher und du merkst vielleicht, okay, es kommen dir vielleicht Gerüchte zu Ohren über dich oder du erfährst von jemandem, was im Hintergrund läuft, so eine Energie ist das und dann plötzlich wirst du echt stinksauer. Die Frage ist, ob du diesen Teufel damit fütterst, wenn du mit deinem schnell aufleuchtenden, negativen Gefühlen, wenn du dann da reingehst, also wenn du hörst XY, ja, Bertha, sagen wir jetzt mal, es ist Bertha, Bertha redet schlecht über dich und du erfährst das halt von Hannelore und Steffi und dann triffst du aufs Bertha und die lächelt dir ins Gesicht und tut so, als wäre nichts. Dann hast du entweder die Möglichkeit, diesen Menschen zu konfrontieren, auf den Tisch zu hauen, zu sagen, hey, ich habe das und das und das gehört, äußere dich jetzt dazu oder du kannst diesen Menschen generell als unehrlich abstempeln und zeigst ihm nicht oder ihr, wie es in deinem Inneren wirklich aussieht und du lässt diesen Kontakt einfach dumm dastehen. Vielleicht grüßt du diesen Menschen einfach nur, sagst kurz hi oder moin und gehst einfach weiter, weil du dich nicht mehr mit diesem Menschen abgibst. Es kann gut sein, dass hier auch jemand ist, der deine Aufmerksamkeit einfach provozieren möchte, indem er sich schlecht benimmt. Das sind dann erwachsene Menschen oder gehwachsene Menschen mit dem emotionalen Reifegrad eines Fünfjährigen oder eines Vierjährigen, einem Kind in der Trotzphase. Jemand, der lieber mit Bauklötzen um sich schmeißt und die Wände mit Tusche anmalt, um Mami herzuholen. Dieser Mensch kann absichtlich Dinge über dich erzählen oder dich dumm dastehen lassen oder vielleicht auch Geschichten über sich erzählen, die aber eigentlich so sind, dass du angesprochen werden sollst. Kann sich natürlich auch um einen Ex-Partner handeln, der dann Gerüchte streut, so nach dem Motto, ich bin so alleine und verloren und verlassen, wenn sie nur zurückkommen würde. Und dann erzählt er das allen möglichen Bekannten von dir und die beeinflussen dich dann, um zu sagen, hey, er leidet doch so, willst du ihn nicht wieder zurücknehmen, er ist doch so traurig, weil du ihn verlassen hast. Also so eine Energie könnte das hier sein. Jemand ist hier in einem Trotzmodus und zwar vollkommen absichtlich, eventuell auch, um deinen Heilungsprozess zu stören. Jemand merkt, dass du dich weiterentwickelst, dass du gelernt hast, mit deinen Emotionen umzugehen, dass du nicht mehr so leicht anspringst vielleicht, wenn man dich piesackt oder dass du generell einfach den Kontakt blockiert hast und deswegen auch gar nicht mehr, gar keine Informationen mehr von dir an diesen Teufel gelangen. Und in dem Moment, wo du dich freigemacht hast von so einer teuflischen Energie, kann er versuchen, halt jedes Ass aus dem Ärmel zu ziehen, um dich dazu zu bringen, irgendwie anzuspringen. Es geht darum, irgendwie einfach nur Aufmerksamkeit zu kriegen. Es ist auch scheißegal, ob negative Aufmerksamkeit oder positive Aufmerksamkeit. So traurig das ist, aber selbst Kinder, die von ihren Eltern geschlagen werden, erhalten mehr Aufmerksamkeit als Kinder, die von ihren Eltern einfach ignoriert werden. Und beides hat natürlich dramatische Folgen. Also es soll nur als Beispiel gesehen werden hier. Dieser Mensch hätte es lieber, dass du ihn anschreist oder beleidigst oder wütend wirst, irgendeine Reaktion zeigst, als dass du gar nicht da bist. Und diesem Menschen geht es auch nicht darum, etwas Positives mit dir aufzubauen, sondern es geht nur darum, dich hier in einer Beziehung beschäftigt zu halten. Er will einfach, dass du beschäftigt bist in seinem emotionalen Support-Team. Sei es nun, indem du wieder positiv zu Kreuze kriegst oder indem er sich selbst beweisen kann, dass er bei dir Knöpfe drücken kann. Dieser Mensch kann eventuell Geheimnisse von dir wissen oder sehr tief in dich hineingeschaut haben und fängt jetzt an, dich an den Stellen zu verletzen oder versucht, dich da zu beleidigen, wo er weiß, dass es dir wirklich weh tut. Und deine Aufgabe ist es jetzt, in den Modus zu gehen, zu sagen, ich grenze mich hier ab. Ich verlasse die Situation. Ich gebe mich dem einfach nicht mehr hin. Das ist hier die Königin der Stäbe, die sagt, nein, ich trage Feuer in mir, ich trage Leidenschaft in mir, aber ich bin nicht dumm, ich habe die Transformation bereits hinter mir. Ich bin durch Sterbe und Werde gegangen. Ich habe mit dir vielleicht schon tausendmal diskutiert und ganz klar gesagt, was mich stört und was mich nicht stört oder was ich erwarte oder wie ich behandelt werden möchte. Und diesem Menschen ist es letztendlich scheißegal, ob es dir gut geht oder nicht. Es geht nur darum, dass du da bleibst, um sein Ego zu pushen sozusagen. Nach dem Motto, ich habe hier die Zügel in der Hand, ich bin hier der Macher, ich lasse sie beim Puppentheater wie eine Puppe springen, wenn ich das will. So, wir gucken mal in das Erat-Aliquando-Orakel rein. Da hätte ich ganz gerne noch eine Botschaft, wie wir mit den Energien vielleicht positiv arbeiten können. Dann haben wir den Mangel. Der Mangel ist aber auf beiden Seiten da. Du fühlst dich ja auch mangelhaft, wenn du diesen Menschen verlierst. Aber im Endeffekt ist es kein Verlust, wenn du jemanden verlierst, der dich nicht wertschätzt. Wir haben hier wieder die Nelke, die hatten wir gestern auch schon. Dieser Mensch ist verführerisch. Es ist verführerisch, wieder auf dieses Chaos und dieses Drama einzusteigen. Vielleicht bist du es auch gar nicht anders gewohnt. Vielleicht sind für dich Beziehungen ein Ort von Unsicherheit, Mangel und Chaos. Aber nur weil sich etwas wie zu Hause anfühlt oder weil dir etwas bekannt vorkommt, heißt das noch lange nicht, dass das gut ist. Jetzt rede ich mich hier schon voll in Rage. Da haben wir die Schnecke, das Eichhörnchen und die uralte Mooreiche. Es ist wirklich interessant, dass tatsächlich immer und immer wieder dieselben Karten fallen in den letzten Tagen. Und mit der Schnecke unter der Königin der Stäbe würde ich dir ganz klar raten, hier dich in dein Schneckenhaus zurückzuziehen, in dein Königreich, in deine entschleunigte Lebensweise. Wenn jemand dich mit Dreck bewirft, musst du dich den Dreck sofort zurückwerfen. Du kannst ihn auch von dir runterkratzen, dich reinigen und diesen Scheiß, der auf dich geworfen wird, nutzen, um deine Beete zu düngen. Du kannst hier Scheiße in Gold verwandeln, sozusagen, wenn du dich von diesem Teufel löst und auch klug vorsorgst. Wenn du weißt, okay, ich gehe hier durch diesen Transformationsprozess auch der uralten Mooreiche hindurch. Ich habe es, glaube ich, letzte Woche schon mal erklärt, diese Mooreiche wächst als ganz normale Eiche. Du bist die Eiche, fällst irgendwann in dieses Schlammloch, in den Sumpf und bist da gebunden. Du liegst da, keine Ahnung, wie lange du diesen Hickhack und dieses Chaos mitgemacht hast. Du warst da auf jeden Fall dabei, in diesem Morass zu ertrinken. Du hast aber die Möglichkeit genutzt, um dich zu transformieren, um herauszufinden, wo der Hase wirklich begraben ist, sozusagen, wo da wirklich der Hund, sagt man das so, wo der Hund begraben ist. Du hast das Problem erkannt. Du hast das Problem dann erkannt, als du da in diesem Ablöseprozess von dem Chaos warst, bist wieder aus dem Schlamm rausgekommen und bist jetzt viel edler, wertvoller und interessanter auch, als du es vielleicht vorher warst, als eine Eiche unter vielen. Diese ganzen Verletzungen, diese ganzen Beulen in deiner Rüstung, die du da hast, haben dich eigentlich stärker gemacht, auch wenn sie wehtun, auch wenn sie dich vielleicht um deinen Schlaf noch bringen, wenn du manchmal verzweifelt bist und nicht weißt, wie du weiterkommst. Wir alle haben solche Punkte, wo wir durch die dunkle Nacht der Seele gehen und echt einfach am Ende sind. Das kann auch ein Tag in der Woche sein. Alle Tage sind super. Und am siebten Tage fühlst du dich wie ein Häuflein Elend. Und das sind diese fünf Stäbe-Energien, wo du das Gefühl hast, boah, alles entgleitet mir, alles ist anstrengend, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hier ist eine Baustelle, da ist eine Baustelle, alles ist so verstrickt und tut so weh. Ich möchte hier am liebsten einfach nur Schluss machen und sterben. Es fühlt sich an, als würdest du kleine Tode sterben. Und dann kannst du da wieder raus erblühen. Es ist so dieses Phönix-aus-der-Asche-Prinzip. Erst liegst du da am Boden, erst verbrennst du dich hier irgendwie an diesem ganzen feurigen Kram und dann wirst du daraus aber aus dem Ei heraus neu dich rausschälen können. Du musst nur aufpassen, dass wenn du halt in diesem Eierstadium bist, wo du dich heilst und näherst und dich wieder aufbaust und dich neu erschaffst, dass du da niemandem erlaubst, von außen diese Eierschale oder dieses Schneckenhaus zu knacken. Weil wenn du der Schnecke ihr Haus nimmst oder das Küken aus dem Ei herauspulst, dann sterben sie. Hier versucht jemand, deinen Stirb- und Werdeprozess zu stören einfach. Vielleicht weiß dieser Mensch auch gar nicht, wie viel du bereits geheilt bist. Der guckt immer nur, bist du verfügbar, Aufmerksamkeit, Attention, Attention und vielleicht auch ein bisschen mehr. Je nachdem, wie eure Situation geartet ist. Kann sein, dass jemand hier Geld will, deinen Körper will oder einfach dich zurück in den Haushalt holen will, wie auch immer. Irgendeinen Vorteil verspricht sich dieser Mensch davon, dass er dich um den Finger wickeln kann. Und du darfst entscheiden, ganz klar, ob du das machst oder nicht. Das Eichhörnchen spricht hier auch für Geschnatter und Kommunikation. Es kann, wie gesagt, sein, dass hier in so einer Dreiecksgeschichte immer und immer wieder über dich auch gelästert wird oder gelacht wird. So nach dem Motto, guck mal, wie sie sich verändert. Ist sie jetzt in der Midlife-Crisis? Oder was ist der denn über die Leber gelaufen? Bam, bam, bam. Aber immer, wenn du Leute verlässt, die sich nicht weiterentwickeln, immer dann, wenn du weitergehst oder ungesunde Beziehungen hinter dir lässt, wirst du einen ganzen Rattenschwanz von Problemen ablösen können, den du vielleicht vorher gar nicht mehr gesehen hast. Vielleicht lösen sich bei dir auch Suchtproblematiken auf oder negative Verhaltensformen, die du angenommen hast während so einer Beziehung. Das wird hier wahrscheinlich mit dem Besen auf der Unterseite des Decks alles weggefegt werden. Ich finde auch, die Königin der Stäbe sieht auch so ein bisschen so aus, als hätte sie da so einen Besen in der Hand, als sei sie auch ein ganz schöner Besen. Man kann auch mal sein Revier abstecken und dann drinnen reinen Tisch und reinen Boden machen mit dem Besen und lernen, hier alles rauszubringen, was dem Mangel zugeordnet ist. Alles, was in deinem Haushalt als mangelhaft etikettiert werden darf, kannst du vielleicht jetzt auch ablösen. Eventuell hast du die Zeit, an diesem Wochenende mal den Frühjahrsputz zu starten oder dich einfach auch von alten Sachen zu trennen, die jetzt einfach nicht mehr dienlich sind. Ich glaube, hier steht immer noch ein großer Reinigungsprozess an und du entscheidest, ob du irgendjemandem Gehör schenkst, ob du dich mit irgendjemandem verbindest und selbst wenn dieser Teufel es schafft, tatsächlich deine Knöpfe zu drücken, dann sitzt du hier immer noch am Ruder und entscheidest, ob du darauf anspringst oder ob du in deinem Schneckenhaus bleibst und sagst, nein, ich erkenne, dass das mein eigenes Muster ist, also dass das meine eigene Abhängigkeit vom Drama vielleicht ist, von meinem Mangel an der Fähigkeit, mit mir selbst einfach glücklich zu sein, aus dem dann dieses andere Problem entspringt. Und du kannst dich dann darum kümmern, dass deine eigenen Gefühle, die du zwar hast, wieder in normale Bahnen gelenkt werden oder abfließen dürfen oder vielleicht bockst du ein bisschen gegen den Boxsack oder schlägst auf dein Kissen oder dein Bett oder Sofa ein. Du kannst diese Gefühle irgendwo rauslassen, du musst dich nicht mit dem Teufel dafür verbinden. Alles, was da hochkommt, alles, was zwickt, drückt, aus dir rausfließen möchte oder sonst wie rausgebrüllt werden möchte, das darf ruhig rauskommen. Du musst dafür nicht immer noch mehr Drama in dein Leben einladen, schütze dich so gut du kannst, blockiere, entfreunde, versperre den Weg, stell das Telefon aus, lass dich nicht nerven heute. Es ist dein Samstag, es ist dein Wochenende. Du hast heute die Macht darüber, was du tust mit deinem Leben, ob du heilst, wie du heilst oder ob du dich dann tatsächlich darauf einlässt, den ganzen Tag mit Energien verstrickt zu sein, die es eigentlich gar nicht gut mit dir meinen und dich im Endeffekt komplett von deinem eigenen Leben wegziehen wollen. Es liegt immer bei dir. Wofür entscheidest du dich heute? So. Gut, ihr Lieben, das war's dann auch. Ich wünsche euch erstmal, dass ihr gut durch den Tag kommt. Vielleicht gibt es heute Abend noch ein Liebesorakel und wer Lust hat, kann natürlich gerne vorbeischauen. Ansonsten findest du morgen früh bestimmt wieder eine Tagesenergie-Botschaft. Ich freue mich auf dein Hiersein und bei mir sein. Wer mag, darf gerne liken, kommentieren und spenden. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Bis dahin alles Liebe. Ciao.